Ja Moin, Hi, Herzlich Willkommen hier zum Tourteilbruch live aus Popo, Neuland. Jo, auch dieser Gig stand nicht auf dem Tourplan und der morgige Gig genau hier auf dem Tourplan. Ich habe wieder extrem spontan dabei gewesen und zwar dank dem Tobi, der ein paar Kontakte hier erspielen lassen. Ähm, wo ist denn seine Richtung nochmal? Jo, ich spiele heute mit Radical Radio aus Argentin. Als Support von daher, ich erwarte nichts anderes als wirklich spitze Hosen und geile Stimmung. Jo, morgen bin ich dann im Bagieni, das ist auf dem Gelände vom Bahnhof Langdrea. Von daher, ich weiß nicht genau was mich da erwartet, aber ich hoffe es wird ein geiler Abend. Jo, ansonsten, wir sehen was passiert. Später. Bye. Markelein, Dankeschön. So, hier ist ja heute Abend im Bahnhof und hinter mir steht ein Schlagzeug. Ich bin ja auch mal Schlagzeuger gewesen, bis jemand gesagt hat, hör mal Jungs, spiel mal über Gitarre. Mindestens genauso schlicht. Daraufhin habt ihr am Bass gespielt. Ja, wenn ich nix sag da was. Und ähm, jo, ihr sind der Tempo-Habbar, die ich saue heute Abend. Und, Wann, warte, Herr? Wann, warte, ich darf mich nicht so schön hier, hier, hier in der Zeitung. Ich darf mich nicht hier, ich darf nicht nur noch nicht nur noch. Die geschehen für eine argentinische Recht auf die Sintelgelehr an, ist dem elektrisch-kanal, Reichtshof-Hinschenschwung, Ja, das ist gut. Der ist gut wieder. Und... Nu kommt der E-Offsetter. Na, ich könnte das rolle. Ruhig, aber doch doch. Die will ich kurz hier mit dem Kopf nehmen. Und der ist doch... Musik 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 Das war's, das war's. So Kinder, das war's jetzt hier beim Funkos Acoustic Sommerspecial im Neuland, in Bochum. Hinter mir spielen auch Reddick Radio aus Argentinien, meine neuen Buddies, ihr Set. Danke auch an den Sven von Rich Kid Rebellion, der vor mir gespielt hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle die Leute, die mich im realen Leben gerade getroffen haben, ich hoffe, ich sehe euch morgen. Bageni, Bahnhof Langendreher, 20 Uhr, wir sehen uns. Ansonsten an die Youtube-Gemeinde, wir sehen uns beim nächsten Tourtagebuch, hier auf Youtube von Bageni. Und, wir sehen uns, nicht weiter schief. Ihr seid wunderbar. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020